In diesem Video erkläre ich, wie man sich im Poseidon Web anmeldet und wie man die Sprache verändern kann. Öffnen Sie das Poseidon Web mit dieser Internetadresse. Am besten verwenden Sie Google Chrome. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von Google Chrome haben. Geben Sie jetzt Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und drücken Sie Anmelden. Die Sprache kann man in den Einstellungen verändern. Wählen Sie Einstellungen aus dem oberen Menü. Wählen Sie dann die bevorzugte Sprache. Vielen Dank.